Der Tag, an dem alles noch schlimmer wurde, kam schneller als erwartet. Wenige Tage in die Woche hinein erschien eine Eilausgabe des Tagespropheten, dessen Cover die Scheidung der Goyles in erfundenen Einzelheiten zitierte. Hermine hatte die aufgeregte Eule hereingelassen und mit zittrigen Händen den Tagespropheten aus dem Paket gelöst. Auch wenn sie früher oder später mit den News gerechnet hatte, machte sie die Tatsache noch immer nervös. Erst recht, weil dieses Ereignis eine Eilausgabe des Propheten wert war. Analytisch überflog sie das Foto. Ein schlecht ausgelichtetes Paparazzi-Bild von Pansy und ein separates von Greg. Den Text, der ein Statement von Greg als den einzigen Wahrheitsgehalt enthielt und viele Spekulationen über Gründe, über Pansys Enterbung oder Nicht-Eterbung, über mögliche Affären. Und diese Geschichte war eine Eilersgabe wert. Mit dem Krieg hatte der Prophet keine skandalösen News zu berichten, sodass er klatsch und tratsch die Tragödien des Alltags darstellte, an denen sich gelangweilte Hausfrauen aufgeilen konnten. Ein Klopfen an ihrer Tür riss sie aus ihren Gedanken. Noch nie hatte einer der Malfoys angeklopft, sodass sie ein versteiftes, unsicheres »Herein« hervorbrachte. Die Tür öffnete sich leicht und ein blonder Kopf schob sich in ihr Sichtfeld. Draco betrat langsam ihr Studierzimmer und blickte Hermine an, die jeder seine Bewegungen hinter dem riesigen Blumenstrauß, der ihren Tisch zierte und den Malfoy ergeschickt hatte, beobachtete. Er wirkte müde. Die beiden oberen Knöpfe seines weißen Hemdes waren geöffnet und die Hemdärmel hochgekrempelt. In einer Hand hielt er zusammengerollt die gleiche Ausgabe des Propheten, die sie gerade gescannt hatte. »Hast du die Sonderausgabe gesehen?« Er hielt ihr die Titelseite hin. Hermine nickte, lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Malfoy hatte in der letzten Woche eindeutig zu oft einen Vorwand gesucht, mit ihr in Kontakt zu treten, und Hermine war sich noch nicht sicher, wie sie verfahren sollte. Astorias Auftritt hatte sie mehr verletzt, als sie jemals laut zugeben würde und dass Draco diese Demütigung auch noch amüsant fand. Eigentlich wusste sie, dass sie nichts anderes erwarten sollte, und sie konnte sich ihre eigene Enttäuschung nicht erklären. War sie schon zu emotional involviert mit ihm? Hermine wollte sich selbst verfluchen, dass sie nach den wenigen Malen Sex und ein bisschen Fried naiv genug war zu glauben, Malfoy würde sie mögen. Sie trug ihm außerdem nach, dass er Astoria anscheinend nicht absolviert hat, wie er es ihr versprochen hatte. Mit zusammengezogenen Augenbrauen blickte sie ihn an. »Sonst noch was?« fragte sie, in der Hoffnung, ihn so schneller loszuwerden. »Weshalb bist du wütend?« fragte er sie und nahm mir effektiv den Wind aus den Segeln. »Machte er Scherze? Wusste er nicht, weshalb ich wütend bin? »Weshalb hast du die Blumen geschickt, wenn du nicht weißt, weshalb ich wütend bin?« Malfoy zuckte die Schultern. »Ich dachte, es sei wegen Astoria, aber über eine Woche schweigen ist etwas übertrieben für etwas, wofür ich nichts kann.« Er traf ins Schwarze und sprach das aus, was Hermine sich auffragte. »Weshalb genau war sie wirklich so wütend?« »Dein bissiger Chihuahua in unserem Zuhause macht mich wütend.« Ihre Augen blitzten angriffslustig auf. »Du hattest doch alles unter Kontrolle.« informierte er sie offensichtlich selbstvergessen. »Es ist deine Aufgabe, deine Huren unter Kontrolle zu haben!« spugte sie im bissiger Askelwollt vor die Füße. Sofort entspannten sich seine Gesichtszüge und ein spöttisches Lächeln trat auf seine Züge. »Darum geht's dir also, dass sie meine Hure ist. Ich kann dich beruhigen. Ich habe sie seit Wochen nicht mehr gesehen.« Kurzfristige Erleichterung unterströmte sie, dass er Astoria nicht mehr traf. Ihre rationale Seite redete sich ein, sei erleichtert, weil Astoria ihrer ursprünglichen Mission in dieser Ehe im Weg stand. Tief im Herzen ließ aber ihre Eifersucht ein klein wenig nach und beruhigte sie. Sie drehte ihr Gesicht vor ihm weg, als sie sprach, »Anscheinend weiß klein Astoria noch nicht, dass sie nicht mehr deine Hure ist.« Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie Malfoy glucksend auf sie zutritt. »Hermina Granger ist eifersüchtig, dass ich diesen Tag noch erleben darf,« zog er sie auf. Hermine sprang aus ihrem Sessel und brachte Abstand zwischen Draco und sich. Mal wieder hatte er, wenn auch zufällig, das ausgesprochen, was sie so verzweifelt zu bekämpfen versuchte. Plötzlich war ihr zu nah, nicht nur körperlich, auch emotional. »Träum weiter, Malfoy, ich will nur nicht, dass deine Fickhärschen hier auftauchen, als hätten sie den Trump-Job Mrs. Draco Malfoy,« sagte sie abfällig wie möglich. »Malfoy war lächerlich.« Malfoy umrundete sie, während Hermine bewegungslos im Zimmer stand, unsicher, wohin diese Diskussion führen würde. Ihre Augen wanderten zum Fenster, in dessen Scheibe sich ihr Körper im Schein der Tischlampe widerspiegelte. Sie trat hinter sie, und sie konnte seinen leisen Atem an ihrem Hals spüren. »Was kann ich tun, um deine Zweifel zu zerstören?« schnurrte er, dass ihr ein Schnauben entfuhr. So verführerisch Draco auch sein konnte, hier hatte sie ihren Stolz. »Fang damit an, deine Betressen besser zu verstecken,« giftete Hermine, woraufhin Draco nur ergeben aufstöhnte. Er umrundete sie ein weiteres Mal und blieb nun vor ihr stehen. »Du bringst mich noch ins Grab, Frau.« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Ich wusste nicht, dass Astoria sich so weit in mein Privatleben wagen würde. Du kannst mich doch nicht dafür verantwortlich machen.« Hermine stemmte ihre Fäuste in die Hüfte. »Astoria war hier nur wegen dir!« »Und was möchtest du, dass ich tue, um mich von dieser wahnsinnigen Schuld reinzuwaschen?« konntete er auch gleich zurück. Hermine runzlte die Stirn. »Malfoy, du bist so ein Arschloch! Du hast gar nichts verstanden!« Hermine machte Anstalten, ihn in ihrem Büro stehen zu lassen, aber Malfoys Hand schloss sich um ihr Handgelenk und hielt sie effektiv auf. »Erklarst mir, Granger, was ich schon wieder nicht verstehe. Was du dir in deinem Superhirn ausgedacht hast, was für das niedrige Volk nicht begreiflich ist.« tropften die Worten wie Gift von seinen Lippen. Hermine schenkte Malfoy einen missbilligenden Blick. »Du hast diese Ehe nie ernst genommen, Malfoy, und darum wird es nicht funktionieren, egal wie viele Blumensträuße du mir schickst.« Wie verbrannt ließ er ihr Handgelenk wieder los. »Du hast mich in diese Ehe gemeinsam mit Lucis gezwungen, und jetzt verlangst du, dass ich diese Ehe ernst nehme? Du hast sie doch nicht mehr alle.« Er fuhr sich aufgewühlt mit einer Hand durch die Haare und brachte seine Frisur erneut durcheinander. Hermine blieb stehen und kaut nervös auf ihrer Unterlippe. Unrecht hatte er nicht, aber wieso verletzte sie seine Abweisung überhaupt so sehr? Sie war hier, um ihren Job zu machen und wieder zu gehen. Nur wusste Malfoy dieses Detail noch nicht. Lohnte es sich für sie überhaupt noch? War er nicht ohne sie definitiv besser dran? Astoria hatte ihren Stolz zu sehr gekränkt, als dass sie wie bisher weitermachen konnte. Hermine konnte Dracos Ausfälle ihr gegenüber entschuldigen, dass sie wusste, dass für ihn ihr Zusammenleben eine Strafe war, aber sie war nicht bereit, die Demutigung seiner Mätresse zu dulden. »Wir können Lucius die Ehe annullieren lassen,« flüsterte sie und probierte die Worte erstmals auf der Zunge aus. Es laut zu sagen, machte es für sie sehr viel realer, beängstigender. Wie würde ihr Leben hier nach aussehen? Sie hatte ganz vergessen, wie sie vorher gelebt hatte. Zu viel hat es sich verändert. »Was?« Er schritt energisch auf sie zu, legte seine langen Finger um ihren Oberarm und holte durch den leichten Schmerz sie effektiv ins Hier und Jetzt zurück. Erschrocken blickte Hermine in seinen wilden Blick hoch. »Lucius würde unsere Ehe annullieren, wenn ich es wünsche,« wiederholte sie diesmal lauter, unsicherer, was Malfoys Laune diesmal getriggert hatte. Er lachte bitter auf. »Nein, Hermine, du wolltest Mrs. Malfoy sein, und jetzt wirst du sie bleiben, oder? Möchtest du weglaufen, sobald es ungemütlich wird?« spie er ihr entgegen. Hermine entging nicht der leicht verletzte Unterton seiner Worte. »Lass mich los, Malfoy!« Sie entriss ihm ihren Oberarm. »Mit dir war es ohnehin immer ungemütlich, aber wenn du doch so sehr leidest, könnte ich dir diesen Gefallen tun und dich wieder freilassen, damit du weiter rumhuren kannst, diesmal ohne schlechtes Gewissen, falls du so etwas wie ein Gewissen überhaupt hast!« Ihre Stimme hatte sich mit jedem Wort gesteigert, bis unwillkommene Tränen plötzlich in ihren Augen prickelten. Genervt und irritiert blinzelte sie einige Male, aber es war, als hätte ihre Worte eine Schleuse geöffnet für all die unterdrückten Gefühle, die wie ein Vulkan aus ihr zu explodieren drohten. »Bloß nicht weinen, bloß nicht, Malfoy!« Hermine dachte an Lucius, an seine Kälte und Distanz in den letzten Tagen. Sie dachte an Blaze und an Pansy, sie dachte an die gestohlenen Nächte mit Draco, an denen sie beide vorgeben konnten, die Welt wäre in Frieden und sich vergessen konnten. Sie drehte sich von ihm weg, in der Hoffnung, ihre missliche Gefühlslage vor ihm verstecken zu können, aber es taurte nur Sekunden, bis Malfoy erneut an sie herantrat und sie in seine Arme schloss. Beide standen Minuten, oder vielleicht auch Stunden still in ihrem Arbeitszimmer, bis Draco die Stille brach. »Wir sollten ins Bett gehen«, und sie nickte zustimmend, nicht in der Lage zu protestieren. Draco führte sie in sein Zimmer, entkleidete beide und kleidete Hermine in einem gemütlichen Flanel-Pijama, während sie bewegungslos und verloren dastand. Sie bekam kein Auge zu, wie seltsam war es, dass er die Quelle ihrer Probleme war und er sie zugleich in seinen Armen tröstete. Ein Seitenblick auf Draco verriet ihr, dass es auch ihm nicht anders ging. Seine Arme lagen locker um sie und er blickte nachdenklich aus dem Fenster in den Schein des Mondes. »Es tut mir leid«, sprach er in die Stille hinein. »Schon okay«, antwortete Hermine, schockiert, dass Malfoy sich tatsächlich entschuldigte. Draco atmete tief ein. »Nein, nichts ist okay. Es tut mir leid, dass ich von Anfang an ein Arschloch war«, sprach er. »Und das mit dem Baby.« Hermine versteife sich bei der Erwähnung ihrer Fehlgeburt, an der er schuld war. Sie hatte dieses Ereignis weit in die hinterste Ecke ihrer Erinnerung verdrängt. Womit sie nicht gerechnet hatte war, dass Malfoy noch daran dachte und dass es ihm leid tat. Es überraschte sie, dass ihr seine Entschuldigung wichtig war, dass er vielleicht sogar seine Taten bereute, aber nun hatte sie das Gefühl, damit besser leben zu können. Es machte ihn in ihren Augen zu einem besseren Menschen. Als sie nichts erwiderte, fuhr Draco fort. »Ich weiß nicht, warum du in diese Ehe eingewilligt hast. Sag es mir.« Erneut nahm er ihren Atem. Nie hatte sie damit gerechnet, dass Malfoy sich ausgiebig Gedanken machen würde über so etwas Banales wie ihre Beweggründe. Waren nicht alle Rheinblut-Ehen arrangiert? Sollte er da also nicht etwas Gedankenloser leben? »Du würdest es nicht verstehen«, antwortete sie kleinlaut. Ein Grinsen zupfte an seinem Mundwinkel. »Natürlich nicht. Wer bin ich denn, um deine Motive zu verstehen?« konnte er sarkastisch. »Aber vielleicht hilft es mir, mit der Tatsache zu leben, dass ich in eine Ehe gezwungen wurde wie kein anderer.« Hermine wusste, er hatte recht. Aber einmal durfte auch sie egoistisch sein und lügen. Sie lachte humorvoll auf. »Es ist das Geld, das mich zu dir gelockt hat.« Sie konnte ihm die Augen verdriehend spüren. »Das ist die schlechteste Lüge, die du hättest erzählen können.« Hermine fühlte sich schwach und wenn sie ihm die Wahrheit sagte, würde er kooperieren oder würde er zu Lucius rennen und die Annullierung sofort fordern? »Ich kann es dir nicht sagen. Es ist ein Geheimnis.« Oje, sie klang erbärmlich in ihren eigenen Ohren. »Und wenn ich dir ein großes Indianer Ehrenwort gebe, es niemandem zu verraten?« Er ging auf ihr Spiel ein. »Du müsstest mir schon einen unbrechbaren Schwur geben, damit ich es laut ausspreche.« Es war Hermine ernst und je länger sie diese Unterhaltung führten, umso mehr wollte sie einknicken und ihm alles erzählen. »Hm, ein unbrechbarer Schwur hört sich für mich sehr drastisch an, aber da du mir ja bereits verraten hast, dass du nicht von deiner Liebe zu mir angetrieben warst, bleibt nicht viel anderes übrig.« analysierte er weiter. »Vielleicht ist es doch meine unendliche Liebe zu dir, Draco.« Hermine sah ihn so ernst wie möglich an, woraufhin sich seine Mundwinkel leicht hoben. »Hm, eine Hermine Granger, die unsterblich in den ehemaligen Todesser verliebt ist, der alles andere als gut zu ihr war, das wäre ein Phänomen, welches nicht ganz unwillkommen wäre.« Hermine rollte die Augen. »Du wirst nicht ernsthaft, dass das hier eine Liebensbeziehung wird?« »Warum nicht?« Sein Kopf fuhr zu ihr herum. »Wir müssen den Rest unseres Lebens miteinander verbringen. So etwas wäre immer wünschenswert.« Sie war nicht mehr sicher, ob er sie noch immer aufzog oder es willkommen ernst meinte, aber ihre Brust zog sie schmerzhaft zusammen bei dem Gedanken, warum sie eigentlich hier war und dass sie wieder gehen musste. Draco war ihr ans Herz gewachsen, ohne dass sie es bemerkt hatte. Draco Malfoys Welt würde ihnen schärfen liegen, wenn sie ging und ihm dämmern würde, wie sehr sie sein Vertrauen missbraucht hatte. Und ein klitzekleiner Teil von ihr wünschte sich, dass er ihr die gleichen Gefühle entgegenbrachte, wie sie ihm, dass er sie genauso begehrte, wie Astoria, auch wenn das alles nur verkomplizierten würde. Bevor sie noch weiter sich gedanklich in etwas hineinsteigen konnte, griff sie ein kleines Kissen und warf es ihm aufs Gesicht. »Schlaf jetzt! Sonst denke ich noch wirklich, du seist verliebt in ein Schlammblut!« Seine Arme zogen sie stärker um sie zusammen. »Mein Schlammblut« waren die letzten geflüsterten Worte, die sie hörte, bevor sie in einen tiefen, traumlosen Schlaf abdriftete. »Schlaf«